Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer LePolaris mit einem neuen Video für euch heute Leute. Heute reagiere ich mal wieder auf Stundrex. Wehe, jemand kommt wieder mit Hate um die Ecke, ich schwöre es euch. Wenn ihr schon mal nichts zu verpassen wollt, gerne mit Abo-Button und Guck-Eck-Level, um nichts dazu zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Was geht, Freunde, da außen mit? Wir sind schon wieder und let's rock. Oha. Ich habe aber erschrocken, Alter. Spongebob, spongebob. Coole Zeichen. Ganz coole Zeichen. Nein, er macht die Tür auf und plötzlich fliegt die Tür raus. Was ist denn das? Nein, das fängt ja schon wieder gut an, als ob es anfängt. Was ist das? Ich schrei halt rum, wie geil ist das Kranke. Warum denn nicht? Jeder nimmt die Genöffentlichkeit so ernst. Wenn du rumschreist, ist ein Irrer. Ja, so kommt Spongebob ständig aus seinem Haus. Ganz normales Spongebob-Verhalten, Alter. Die Tür fällt einfach ab und er schreit. Steh auch immer so auf. Oh ja, der ist sein Haus. Ich krieg leicht Angst, die Alte. Und schaum will der Leide drauf. Warum? Warum schreit der auf der Bühne und schreit mir so eine Krüttstock-Oma? Daulier doch. Oh. Ja, land einfach auf Crabs, Patrick. Und das ist auch noch schön nackt. Warum denn nicht? Man kennt's doch nicht anders. Oh Gott, nein. Was ist denn das? Er kommt da einfach mal gern geflogen drauf. Gehört's drauf, Alter. Oh oh. Yo. Du Schädel mit weggeworfen. Na gut, war ja nur der Haut, dann ist nicht so schlimm. Alter. Da. Kleinst du auch. Yeah. Der frisst die, Alter. Yo, der frisst sogar den Mitarbeiter und den Tisch auf. Was ist denn da los? Ey, was ist das so ein geisteskrankes Video, hä? Der frisst die Person zu ihr auf, Alter. Das ist meine Kette mit mir. Scheiße. Na, Junge. Was ist denn da los? Los. Das ist so dumm, Alter. Es ist so dumm, Alter. Was ist hier Phase, Mann? Jetzt rennt der Nackt hier über den Tisch, Alter. Ey. Oh Gott. Sogar doch. Ey, das geht gerade mal 36 Sekunden, ist schon kranker als Krankheit. Yo. Was zieht der ab? Boah. Jetzt hat er eine Papiertüte auf dem Kopf, Alter. Yo, die Obermann. Der Sponsor hat ja keinen Bootsfahrführer. Na gut, der braucht ja hier für einen Bürgerfahrtsführerschein. Boah. Na gut, okay. Das ist eine natürliche Reaktion. Einfach überfahren. Oh. Die Beine und Arme rauskriszen. Das ist so geil, Mann. Richtig brutal, ja. Man kann mit dem Motorrad so rückwärts fahren? Komisch. Was habe ich so hier nicht gelernt? Kommt halt einfach ein Baby rein, das benehmen. Oh je. Alter, die Klazer kloppen mir da einfach. Zerkloppen das Vieh einfach. Wieso zum Golf an? Der hat einen Pfannenwender mal auf. Der hat eine Hose mitgekauft. Wir hatten den Bürger angekaut. Also das Auto. Tot. Das würde mir aber auch wehtun, wenn ich Schmerzen dabei hätte. Einfach gefuttert. Eiea. Also so ein Bart angeklebt ist wie so ein Stern bei Super Mario. Oh ne, die geht. Voll in den Hintern rein. Wann? Scheiß nie einer. Was ist denn das? Eiea. Doppelt die Moppel. Trotzdem plattgetreten. Ach so, weil es in Licht sind. Klell ausgetrocknet. Nimm es noch so schön rumschreit und dann voll ausgetrocknet. Da ist es nächste Sekunde. Oh. Oh oh. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Also wenn ich mir irgendwann mal wieder einen Fisch kaufe, ich passe auf, dass du nicht mit Wasser in Berührung kommst. Na gut, Schmerzfisch esse ich eigentlich selten. Ah, ich kann dich da nehmen. David Hasselhoff. Ja. Ja, haut auf jeden Fall hin. Geil. Voll toll. Ah, David Hasselhoff. Ja. So habe ich David Hasselhoff in Erinnerung. Und weg ist er. Und weil er David Hasselhoff ist, kann er einfach auf dem Wasser stehen. Ganz normales Verhalten. Oh 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 Brutal Jo Manager Ey Wie Warum Was zur Hölle war das Das ist das geilste Mario Video was ich da von dir geguckt hab Alter Das war so übel geil Ich muss noch mehr gucken Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch ein Like damit Nicht gefallen Abonniert Die sind fahrt für mich Und damit Aus Würde ich auch sagen Dann beende ich das Video An der Stelle Ich hoffe ich hat es dir mal gefallen Gerne Abo-Button Glocke Gibt es wieder Nix dazu zu erpassen Würde mich freuen Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen Leute Würde mich ebenso freuen Und gerne einen Kommentar da lassen Ihr wisst es Mir kommt da immer gerne durch Und dann würde ich sagen Euch noch allen Einen wunderschönen Tag Und bis zum nächsten Video Leute Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal